Also beim Konstrukskauf ist es ganz ganz wichtig, dass man sich einmal erkundigt, wie schaut der Unterbau aus, nicht dass irgendwelche zusätzliche Kosten kommen, mit denen man nicht gerechnet hat, dass es ein ebenes Konstrukskauf ist, dass die Bodenbeschaffenheit passt und dass die auch die Infrastruktur, die Aufschließungskosten berücksichtigt worden sind.